und damit herzlich willkommen zu meinem ich glaube man kann spontan projekt schon sagen denn was soll ich euch was bestehen ich habe selber nicht damit gerechnet dass ich es jetzt bringen das ganze bringe ich jetzt eigentlich nur weil ich richtig bock drauf habe ich weiß nicht warum ich weiß nicht was mich geritten aber ich dachte mir komm mario kart 64 ist so das mario kart 64 so eigentlich ich mag es irgendwie total gerne und also jetzt von den alten her mag ich es am liebsten von allen deshalb dachte ich mir komm komm mein bro komm gute dregung du bringst es jetzt weil du es drauf hast und vor allem weil ich unbedingt ein fagging mario kart auf meinem kanal endlich mal haben wollte nach mir kommen muss jetzt mal eins bringen jetzt schon so lange so lange hast du schon keinen mario kart auf dem projekt auf dem projekt genau du hast so lange kein mario kart auf dem projekt naja was kann ich zu dem spiel sagen ich kann dazu sagen oder der rote panzer sehr schön ich kann dazu sagen es wird nur ein paar in der woche kommen einfach das projekt wird genau ich kann es euch haargenau sagen acht parts haben denn wir werden jeweils die vier strecken im pilzkap und 100 ccm und jeweils die vier strecken im 150 hubraum machen das liegt einfach daran dass ich euch jeden charakter mal zeigen und ja hier ausscheiß jetzt habe ich außer dem roten panzer abgefeuert das war gar nicht mal das was ich machen wollte ja auf jeden fall sind hier die charaktere nach gewichtsklassen eingeteilt mario luigi und peach müssten normal gewicht sein ich bin jetzt nicht wirklich reingefahren oder hat doch komm hey mario peach und luigi sind normal schwer donkey kong wario und bowser sind schwere wo ein wunder und tot joshi und wen gibt es noch tot joshi und wer noch noch irgendwer müsste eigentlich nein ich bin voll in die bananen und scheiße und noch irgendwer müsste noch leicht sein mir fällt aber jetzt nicht ein wer noch dabei ist kein plan was habe ich wen habe ich noch nicht genommen ich weiß es nicht und mich stört das gerade dass ich es nicht weiß auf jeden fall wundert euch nicht ab 150 ccm werde ich wahrscheinlich in diesem spiel ragen ohne ende denn wenn einer von den typen die bei mario kart richtig ausrasten stellt euch darauf ein es wird passieren es ist scheißegal was ich euch jetzt hier sage ich könnte jetzt sagen ja ich werde hier ganz ruhig spielen und das werden wir ganz locker runterfahren versteht ihr wegen mario kart und so werden wir nicht wenn wir nicht spätestens ab dem letzten cup werden wir richtig aufs mauge kommen aber bis dahin versuchen wir natürlich den gold pokal holen und werden wir einfach mal in der ersten schrecke erster das ist gut des weiteren werden jetzt wen habe ich jetzt davon nicht genannt oder nein es gibt nur zwei leichte charaktere ja ist ja logisch die parts werden nicht allzu lang meine freunde werden grob zwölf minuten schätze ich jetzt mal bis auf der letzte wo die rainbow road dabei ist denn die geht ich glaube die geht alleine 45 minuten oder so schnell auf jeden fall mal um die zwölf bis 15 minuten zwischen sagen zwischen 10 und 15 fach keinen super statt zwischen 10 und 15 minuten es kommt ganz gut hin es kommt auch am donnerstag denn ja vor allem deshalb habe ich gedacht weil ich wusste bei mario kart 64 werden jetzt nicht die allerlängsten parts rauskommt und des weiteren habe ich am donnerstag nachmittag das bedeutet im normalfall bin ich erst um dreiviertel sechs daheim das bedeutet ich muss meistens dann noch irgendwie essen oder irgendwie noch was machen das bedeutet ich kann den part vor halb sieben nicht wirklich hochladen deshalb ich habe mich jetzt nicht wirklich mit meiner eigenen grünen erwischt deshalb kann ich die parts meistens nicht vor wo stimmt das ist voll geil man kriegt hier sogar fünf bananen nicht vor halb sieben hochladen deshalb die werden da relativ spät kommen ansonsten schaue ich ja mal dass sie meistens so gegen halb drei da sind ich finde halb drei ist immer so eine ganz dicke zeit da sind die meisten zumindest die meisten schon daheim und können sich dann einen gemütlichen part von hiragun angucken ja das mögt ihr das freut euch heute kann man die ja genau und verdammt in mario kart konnte man es noch nicht nach hinten schießen wir werden natürlich auch noch mario kart super circuit glaube ich heißt es und mario kart ds auf jeden fall spielen mario kart wie weiß ich noch nicht und genauso wie mario kart double dash das könnte ein bisschen schwierig werden ich will jetzt mir mal das ist in der letzten das ist so abnormal lächerlich okay unser ziel ist ab jetzt das treppchen solange wir nicht aufs treppchen kommen ist es uns so scheiße aber ich glaube wir müssen hier in dem spiel sogar oh scheiße locker oh scheiße nein 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 Der Hitter Ich dachte wenigstens im ersten Part Bleibe ich voll schon Oh ne Super Jetzt haben wir alle 12 Punkte Ich bin auch nur vorne Weil ich in der ersten Strecke gewonnen habe Super Was kommt jetzt? Oh nein Cooper Trooper Beach Der kann man auch wieder richtig aufs Maul geben Scheiße Konzentrier dich Pack deine Fahrkünste aus Mario Kart ist ja auch eine wundervolle Übung Für den Führerschein später Not Nehmt das bitte nicht ernst Als ob du Ja genau Ich kann Mario Kart fahren Damit habe ich doch irgendwie schon den Führerschein bestanden Oder? Ja Denn im Real Life schießt du auch mit Roten und Panzern Und fährst mit einem Unsichtbarkeits-Buhu rum Ja Natürlich mein lieber Gustav Das entspricht voll der Wahrheit Manchmal ist das echt komisch mit diesen Bananen Vor allem Weil die manchmal einfach so Also du fährst in eine Banane rein Und dann erst 5 Sekunden später oder so Merkt das Spiel überhaupt erst Der Typ wurde ja von einer Banane erwischt Was für ein Opfer lassen wir mal richtig aufs Maul fliegen Ja Denke ich mir dann nur Super Dankeschön Yeah Und mit dem Goldpitz können wir hier natürlich richtig abgehen Sonst hat uns jetzt mal einen richtig Richtig OP-Boost Nein Verdriftet OP-Boost gegeben Was ich auch vollkommen okay finde Muss ich sagen Denn Äh Verdammt Ich wollte die gleiche Ich muss noch ein bisschen mit meinen Kontrolleinstellungen was ändern Wie ich gemerkt habe Denn Jetzt sind jetzt nicht die passenden Einstellungen Die ich momentan habe Und übrigens kann man hier mit einem Pilz Hier ihr seht diese Rampe da Kann man benutzen Und ähm Dann kürzt man Ja Hälfte Hälfte der Strecke Weiß ich nicht Ob mehr als die Hälfte es ist oder nicht Oder Ja ich weiß es nicht Auf jeden Fall ja Aber ich kann ja mal sagen Mein Lieblingscharakter in dem Spiel ist Bowser Weil ich im Marika 64 Vor allem mit den schweren Charakteren Besser zurechtkomme Als mit den leichten Beziehungsweise den normalen Also mit den leichten Witzel und so Schon eine sehr schwierige Aufgabe Für mich Äh Den Goldpokal zu nennen Ich weiß nicht Du wirst so leicht weggerammt Und der Speed ist jetzt auch nicht gerade der höchste Man konnte doch Pilze nach hinten schießen Okay interessant Wieso hat das davor nicht geklappt Dankeschön Spiel Dankeschön dass es davor nicht geklappt Äh Peach Yeah man Sie kommt davon wenn du so arschgeil bist Peach Ja Die findet natürlich mal Eres Arsch ganz geil Deshalb ist sie in meine Falle getappt Das wusste ich natürlich Das war eine richtig schöne Prediction von mir Weil das Peach auf meinen Arsch drauf fahren will Und ich finde es immer sehr interessant Dass du diesen Item Boost bekommst Weil ich glaube wenn du ein Item am Arsch Bappen machst Also gefühlt bist du eigentlich dann schneller Okay je nach Item Beim Panzer fühle ich es jetzt nicht Ich fühle nicht den Flow Und Peach ist schon wieder mir auf den Arsch gefahren Es ist unglaublich Diese arschgeile Bitch Ne Diese arschgeile Bitch Und Ja Erster Ja So muss das sein meine Freunde So muss das sein So gefällt mir das So ist es auch gut So ist es auch richtig vor allem Letzte Strecke Konzentriere ich nochmal Und ich glaube bei Mario Kart 64 Ist es auch so Dass jeder Charakter Einen bestimmten Rivalen hat Also Die Gegner sind ja so gepolt Dass sie irgendwen extra vorlassen Damit der ja erster Oder Möglichst guten Platz bekommen Und die Kalimari Wüste Kalimari Dessert Die Strecke ist halt so Ich weiß nicht Auf der einen Seite finde ich sie ganz cool Die Idee mit dem Zug ziemlich cool ist Aber auf der anderen Seite Das ist ein bisschen eine lame Strecke Aber Es ist der Pilzcup Muss man dazu sagen Es ist der Pilzcup Von dem her Kam man das schon Nein Warte mal Wo habe ich denn die Bremse Ich bin Ein Vollidiot Ich wusste gerade nicht Wo ich die Bremse draufgelegt habe Fuck Scheiße Das ist natürlich jetzt dumm Denn dadurch haben wir Wesentlichen Nein Wesentlichen Verlust Wir bremsen Wir bremsen Und geben Gas Sehr schön Peach ist Voll reingefahren Okay Und ich glaube mit dem U Können wir hier sogar abkürzen Kann das sein Ich weiß es nicht Ich weiß nicht ob der U Ne Könnten wir nicht Können wir eigentlich nicht Ich habe es aber trotzdem gemacht Hat mir also nicht viel gebracht Na ganz toll Oh nein Da ist Wario weit vorne Sicher Übertreib halt Junge Übertreib halt mal übelst So ich muss mal ein paar Panzer hier Wegschießen Ich habe eigentlich Ganze Zeit nach hinten gedrückt Aber was soll's Ignorier das halt Ne Controller Ja es ist nicht am Controller Es geht allgemein Am Spiel Das weiß ich nämlich Weil Ich kenne Mario Kart 64 Es ist nicht Oh Ist jetzt nicht das Mario Kart Ist das dein Ernst Also die roten Panzer In dem Spiel Sind auch wie besoffen Ne Es ist unglaublich Und wie wir sehen Hier kommt ein typisches Schema Von Mario Kart 64 Der erste ist eine Million Kilometer Ist eine Million Kilometer weit vorne Der zweite ist Ein bisschen Dichter an ihm dran Oh wir holen auf Und die anderen sind einfach Viel zu weit hin Das ist halt das Der Rivale ist halt extra So gepusht dafür Gib mir was Gutes Gib mir was Gutes Gib mir was Gutes Das ist jetzt nicht allzu gut Obwohl 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 Hm Okay wir sind auf einer Geraden Ich hasse sie Nein Hm Mann Scheiß die Wand an Ich glaube aber selbst Wenn wir hier Zweiter werden Haben wir trotzdem Im Gesamten gewonnen Aber ich würde natürlich Trotzdem Oh sieh auch schon Der Zug Der Zug Der Zug Wie er ist drüben Wie er ist schon drüben Wie er ist schon drüben Sicher Deine Mom ist auch schon drüben Oh shit Ich bin Ein Vollidiot Mann So jetzt brauchen wir wieder Speed Komm schon Nein Es wird nichts mehr Den können wir nicht mehr einholen Den können wir nicht mehr einholen Der ist gleich im Ziel Es ist so lächerlich Ich hatte aber natürlich auch wieder so viel Glück mit dem Zug Der Zug war so nett mal wieder zu mir Es ist unglaublich Er bleibt ja gerade stehen Bist du eigentlich behindert? Er ist in irgendwas reingefallen glaube ich Und wir können noch einholen Und wir können noch einholen Ohhhh Scheiße Wir haben noch einholen Das ist das geil Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet Und bin tatsächlich eingeholt Nice Nice Meine Freunde Das finde ich immer richtig geil Das ist ja immer richtig schnick 30 Punkte Solide Grundsolide Ich glaube das maximale war 32 Kann das sein Ja Müsste so sein Man kriegt ja keine 10 Sondern 9 Punkte Und hier sind wir vor dem Mario Super Mario 64 Kasse Und kriegen dort Unseren wunderschönen Pokal überreicht Ich werde mich auf jeden Fall Jetzt schon mal an der Stelle Verabschieden Ich hoffe ihr seid auf jeden Fall Beim nächsten Mario Kart 64 Ich habe wieder dabei Wenn wir mal wieder richtig Aufs Maul bekommen werden Wir werden aufs Maul bekommen Das sind die Part Meine Freunde Das war noch normal Ja Das war normal Und wir sind im 100 CC Ermutung Nicht im 150 CC Ermutung Das solltet ihr bedenken Und Peach ist weiter geworden Wir sind natürlich Natürlich sind wir erster geworden Das ist ja irgendwo Ist irgendwo auch logisch Ne Und hier kommt irgendein Hier ist sicher Cheap Cheap Fragezeichen Ich glaube es ist ein Cheap Cheap Aber naja Wir kriegen jetzt den Wunderschönen Pokal Aus seinem Mund Ich weiß nicht Wieso der in seinem Mund ist Da ist jetzt wahrscheinlich Noch komische Mundspeichel Eklig drauf Aber Naja Es ist immer noch ein Pokal Da kann man richtig viel Geld rausholen Ja Die Grafik ist natürlich Geil Okay natürlich Für SM64 War das natürlich grandios Super Und wir sind first You awarded the Go Cup Und damit benden wir den Part Bis dann Und ciao Au Au Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann